Hey ihr Süßen da draußen, ich hab euch heute was cooles mitgebracht und zwar ist das das Fritz-Phone, was an meiner Fritz-Box 7590 installiert ist. Geil, oder? Und viele da draußen denken sich jetzt, what the fuck, warum braucht man eigentlich ein schnurloses Festnetztelefon? Ist das jetzt richtig ausgedrückt? Ja, ich glaube schon. Gibt doch Handys, oder? Ja, das ist schon richtig geil. Feierde ich übrigens total. Ich kann mich immer noch an meinen Nokia 5110 erinnern. Ja, das ist schon ziemlich lange her. Das funktionierte aber ehrlich gesagt nahezu wie dieses Ding hier, wenn es ums Thema Anrufen geht. Nun ist es aber so, dass ich hier wohne in diesem wunderschönen Ort, wo man unfassbar katastrophalen Handyempfang hat. Solange ich hier nicht in meinem WLAN unterwegs bin, kann man mich höchstens über WhatsApp anrufen und das war's dann auch. Jetzt kann ich ja aber verschiedenen Handwerksfirmen nicht unbedingt sagen, komm Kumpel, ruf mich über WhatsApp an. Wobei das ja mittlerweile ziemlich seriös geworden ist und ziemlich weit akzeptiert. Ich habe jetzt auch schon gesehen, so die ersten Firmen, die machen das durchaus. Die schreiben auch mit einem über WhatsApp. Finde ich auch sehr, sehr cool. Aber nichtsdestotrotz, Festnetz, immer noch ein Ding, das am Start ist und für mich hier wirklich auch eine absolute Notwendigkeit ist. Jetzt habe ich immer diese uralten Gigasets gehabt, die habe ich dann so lange benutzt, ich weiß schon gar nicht mehr von welchem Hersteller die waren, bis die komplett auseinandergefallen sind. Richtig Freunde, also wenn ihr so ein Telefon mal 20 Jahre irgendwie am Start habt, fängt sich irgendwann an die Tastatur aufzulösen und das Ganze kriegt es da auch nicht mehr so sauber, sieht also super siffig aus. Also dachte ich mir mal, geil in Kombination mit meinem neuen Glasfaseranschluss, was jetzt mit dem Festnetztelefon nichts zu tun hat, aber in Kombination mit dem neuen Glasfaseranschluss dachte ich mir, jetzt holst du dir tatsächlich mal so ein Fritzbox Telefon oder so ein Fritzfon. Ich muss jetzt gerade dooferweise sagen, ich habe mich jetzt nicht so gut vorbereitet auf dieses Video, weswegen ich euch jetzt gerade leider nicht sagen kann, welches Modell das hier ist, aber ich bin echt begeistert von diesem Ding. Das ist so ein nerdiges Ding irgendwie, keine Ahnung, ja, kriegst du so ein Nerdgasm quasi, ich finde es einfach geil und warum das so ist, möchte ich euch heute mal so ein bisschen erzählen. Ich habe mir gleich zwei davon geholt und was mir aufgefallen ist, nachdem ich mein 20 Jahre altes Gigaset dann mal entsorgt habe, das Ding hier, das steckst du ja nur noch mit der Schale in die Steckdose und das war's, Freunde. Ach, das fand ich so geil, weil die anderen Telefone, die musste ich ja zumindest mit der Hauptstation immer noch irgendwie in dieses NTBA stöpseln, das ich ja jetzt nicht mehr habe, dank des Glasfaseranschlusses. Also hängt das wohl ursächlich doch miteinander zusammen und ja, ich habe dann beide Phone quasi mit der Box verbunden, das ging dann über die Deckt-Taste und hier musste ich auch noch irgendwie was machen und habe dann tatsächlich jetzt meine Telefone und das finde ich geil. Ich stehe total auf dem Farbdisplay, ich weiß, man sieht das nicht, weil bei der Kamera die ISO-Werte so hoch gedreht sind, aber ihr müsst auch nicht unbedingt meinen Netzanbieter wissen, falls ihr es doch seht. Aber was ich hier halt geil finde, und das wird wahrscheinlich bei zig Geräten vorher auch schon gegangen sein, aber wie gesagt, 20 Jahre altes Gigaset, habt ihr eigentlich schon mal Spaß daran gehabt, ein Telefonbuch auf so ein Ding hier überhaupt zu übertragen? Also ich nicht, denn ja, das letzte Mal war vor zig Jahren und dann dachte ich mir, kacke, jetzt muss ich hier 20, 30 Telefonnummern nochmal händisch nachtragen. An diesen Displays, beziehungsweise an diesen Tasten, am Display hat sich ja wenig geändert, das ist hier sehr schön bei diesem Fritz-Phone, aber ist natürlich nervig, weil damals, wie bei meinem Nokia 5110, hat es schon Ewigkeiten her, hat sich an diesem Tasten-Layout irgendwie nichts geändert. Also die sind ja immer noch dreifach belegt, beziehungsweise vierfach, um Großbuchstaben zu bekommen, nervig. So, das Schöne ist jetzt aber, dass ich über meine Box, über meine Fritz-Box hier über die 7590, ja, einfach ein Telefonbuch mit meinem Keyboard anlegen konnte. Und das finde ich ist richtig geil, weil das ging einfach super schnell, naja, da ist ja nicht jede Taste doppelt belegt. Also für mich war das halt einfach geil und ich konnte es halt daraus, oder kann es immer noch daraus komplett verwalten. Das finde ich wirklich geil. Da gibt es wirklich noch elendig viele Features, ich glaube, da kann man auch Nummern komplett untersagen, dass sie überhaupt anrufen können. Also es gibt wirklich geile Möglichkeiten, das hat mir richtig, richtig gut gefallen und da habe ich auch wirklich Spaß dran. Das ist für mich auch ernsthaft ein großer Mehrwert des Ganzen. Was ich dann auch noch sehr, sehr cool fand, hier ist ja ein Radio drauf. Und ich muss ernsthaft zugeben, der Lautsprecher ist richtig gut dafür. Also wenn ihr ernsthaft mal Radio hören wollt, könnt ihr das ziemlich gut über dieses Fritz-Phone verdammt nochmal machen. Und das sage ich deswegen, weil ich derjenige bin, der sich erst so eine DAB-Plus-Antenne ans Haus geschraubt hat, sich ein Radio gekauft hat und das dann angeschlossen hat. Also finde ich das hier mit Internetradio schon wesentlich geiler, wenn man das machen möchte. Und ja, ich habe es tatsächlich öfter gemacht, als ich dachte. Also es ist echt unglaublich, also wer auch immer das gerne machen möchte. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Mit der Tatsache, dass man sich hier verschiedene, ja wie soll ich das sagen, Startbildschirme aussuchen kann. Ich konnte mir hier, ich muss gerade mal gucken, das Wetter raussuchen, das dann da erscheint, fand ich halt auch immer sehr cool. Da musste ich aber irgendwie erst dieses Telefon registrieren, bis dieser Dienst dann gelaufen ist. Ja, hat mir echt gut gefallen. Ich sehe, was wir noch haben. Analoguhr, Temperatur, Wetter. Cool an der Sache ist, das zeigt nicht irgendein Wetter an oder irgendein Hannover-Wetter. Ich meine, ich wohne in der Nähe von Hannover, aber Wetter kann ja auch mal lokal sein. Nee, das ist dann direkt an dem Ort, an dem ich wohne. Finde ich ehrlich gesagt cool. Gefällt mir halt richtig gut. Smart Home, ne, wenn man mal irgendwelche Smart Home-Geräte hat. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ich möchte mir auf jeden Fall so eine Wetterstation holen, die ich mir hier ans Haus mache. Und wenn die dieses Feature hat, kann ich mir das hier quasi direkt drauf streamen lassen. Ja, ich weiß, ne, ist alles so eine Nerd-Geschichte. Ich kann auch aus dem Fenster dann gucken und sehe das Wetter so, alles klar. Ich finde es halt einfach geil, dass sowas technisch funktioniert, ja. Wetter ist was, was ich gerne drauf habe, weil das wirklich ein schönes Display ist, ja. Es sind übrigens immer noch die gleichen Tastentöne wie damals beim Gigaset. Unglaublich. So, was jetzt hier los ist, weiß ich nicht. Server nicht erreichbar beim Wetter, geht seit einigen Tagen nicht mehr. Da muss ich noch mal gucken, was da los ist. Ja, hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, viele, viele Optionen. Das ist jetzt aber echt doof, ne. Ich möchte eigentlich gerne mal, ja, dass das irgendwie anders funktioniert. So klingt HD, keine Ahnung. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Das Ding war ernst teuer. Ich glaube irgendwie 110 Euro pro Stück. Ich habe zwei gekauft, weil ich doof bin, ja. Weil ich mir dachte, bei so einem 50 Quadratmeter Haus brauchst du zwei. Naja, gut, okay, alles klar. Das Telefonbuch überträgt sich übrigens. Fand ich auch sehr schön, weil das ja quasi ein zentraler Dienst ist. Fand ich einfach sehr, sehr schön. So, jetzt will ich hier aber das wenigstens hier mal wieder vom Startbildschirm hier irgendwie, keine Ahnung, was haben wir denn hier, Analoguhr. Okay, so, dunkel. Ich mag es immer gerne dunkel. Ihr kennt das vielleicht, ne, so. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Vielleicht sieht man es jetzt ein bisschen besser. Ah, guck mal, jetzt seht ihr das, ne. Ja, geil. Also ich stehe echt drauf. Und in meinem Fall, wie gesagt, bei allem Spaß und bei allen Kosten hat das halt einfach Sinn gemacht hier. Ich weiß jetzt nicht mehr, C1 oder C2. Hier kann man auch tatsächlich Kopfhörer anschließen. Um das Radio dann wahrscheinlich zu hören. Aber ich würde mal fast vermuten, da muss man schon relativ teure Kopfhörer anschließen. Dafür, dass das dann ernsthaft besser klingt. Aber die Idee, so irgendwie abends sich damit hinzusetzen und Radio zu hören. Ich gucke gerade, was das für ein Anschluss ist. Oh, ein relativ großer. Irgendeine Klinke, fragt mich nicht. Finde ich halt einfach geil. Das Ganze ist berührungssensitiv. Das heißt, wenn man es hier hinlegt und hochhebt, geht das Display wieder. An und all solche Scherze. Für wen ist das geeignet? Ich glaube, jetzt ist es kaputt. Wartet mal. Ne, Wahlwiederholung. Gott sei Dank. Boah, es ist nicht kaputt. Huh, teures Ding. Also, für wen ist das geeignet? Für Leute, die zu Hause keinen Telefonempfang haben und auch gerne mal telefonieren möchten. Außerhalb von WhatsApp. Wir haben da in Deutschland irgendwie so eine, weiß ich nicht, Lücke, will ich das irgendwie nicht nennen. Aber es ist schon schwierig, wenn man sich mal überlegt, dass die meisten Dinge irgendwie noch telefonisch irgendwie gehandhabt werden. Und man hat nicht überall Empfang. Es ist echt das scheiß Problem. Hier wirklich. Und insofern brauche ich tatsächlich ein Festnetztelefon. Und ich finde das halt einfach geil. Ich glaube, die Gigasets werden auch immer noch verkauft. Ich glaube, mittlerweile sind die ja auch nach 20 Jahren geupdatet. Wie auch immer. Trotz allem finde ich dieses Fritz-Phone in Kombination mit meiner Fritz-Box wirklich cool. Und glaube auch nicht, dass das das Innovativste ist, das es jemals gab. Aber es ist quasi, wie soll man das sagen, so eine logische Schrittfolge, was da so über die Jahre passiert ist. Und das finde ich cool. Es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann keine Funklöcher mehr hätten. Und wir einmal mit so einem Handykauf quasi alles abgefrühstückt haben. Das wäre ziemlich cool. Aber ich wohne ja nun sehr bewaldet. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich dann noch sagen muss, ja, alles klar. Da wird es wahrscheinlich halt auch in den nächsten zehn Jahren so bleiben. Also ergeben solche Fritz-Phone-Geräte. Da stand eben synchronisieren. Habe ich auch noch nicht gesehen. Solche Fritz-Phone-Geräte, beziehungsweise Smart-Festnetz-Devices, wie auch immer ihr das nennen wollt, ernsthaft Sinn. Also kann ich nur sagen, beide Daumen nach oben. Für alle, die es gerne ein bisschen komplizierter an ihrem Telefon haben wollen. Komfortdienste, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Nutzen das halt einfach und haben daran Spaß. Wir können hier mal das Internetradio anhören. Deutschlandfunk. Verbinde. Ja, warum nicht, ne? Läuft doch, würde ich mal sagen. Und was ich geil finde, ihr könnt das nicht sehen. Eins live Digi, ne? Ist hier auf jeden Fall mit am Start. Radio Fritz. Ja, es ist tatsächlich erstaunlich wenig, was hier an, ähm, das ist einfach geil, an Internetradio mit dabei ist. Vielleicht kann man das irgendwie auch noch drehen. So, ich bin raus aus dem Video, bin begeistert von dem Teil. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis dann.